Folge 261 von Simotrans. Ja, ich habe das letzte Mal hier reingeguckt und habe mir die Linie hier angeguckt. Das ist der Bahnhof. Ich wollte die Linie angucken und habe dann gesehen, dass da ein zweiter Zug war beim Kontrollieren. Deswegen würde ich das nochmal gucken. Welches ist denn dieser Zug? Das ist der, der daneben steht. Das bedeutet... Ja, der kann was transportieren. Warte mal, das ist jetzt der. Der kann natürlich Stahl, Paletten und Siloware transportieren. Der kann nur Paletten transportieren. Das würde bedeuten, der hier ist ja eigentlich schon wieder über. Wir bräuchten noch einen Stahlzug und einen Silowarenzug, aber keine Paletten mehr. Das bedeutet, ich würde den mal ins Depot schicken. Weil den brauchen wir eigentlich nicht mehr. In der Form auf jeden Fall. Ich würde den 50-50 dann machen. Stahl und Siloware. So, und was braucht der denn hier? Kretemaschinenfabrik Schlachthof. Also, der Lieferverkehr ist Stahl. Das heißt, hier muss Stahl hin. Ist aber genug da. Paletten wären die Farben, ist egal. Kunststoffgranulat muss hier hin. Und Papier sind Paletten, ist egal, weil da unten schon einer steht. Aber Papier muss hier hin. Aber es ist alles da. Ja, muss man mal gucken. Aber definitiv kann der Zug, den ich jetzt ins Depot schicke, umgebaut werden. Ohne Paletten auf jeden Fall. Gut. Der wartet hier wegen Paletten. Der holt Ware hier ab im Endeffekt. Ja, dann würde ich den da mal beobachten. Beziehungsweise nicht beobachten, ne. Den würde ich mal jetzt gucken, dass der ins Depot kommt und wir den dann umändern gerade. Machen wir schnell, dann können wir das gerade mitmachen. Der muss sowieso komplett ausgetauscht werden, ne. Stahl und Siloware brauchen wir. So. Den schmeißen wir runter. Ist ja noch einer drauf, deswegen geht er noch. Elektrotraktion ist richtig. Äh, nee. Loks ist richtig. Und dann da nur elektrische. Was haben wir denn hier noch für einen? Ach, das ist geil. Cargo Sprinter für Flüsse, Lebensmittel, Kopf, Diesel. Okay. Sehr interessant. Ich glaube, das ist unser Zug, aber hier, ne. Die BR-101. Für Stukrut. Ich glaube, da kannst du nur zwei machen und dann war es das, ne. Cargo Sprinter heißt es ja auch. So, 220 kmh, 150. Ne, der da wollte ich, 160. Das ist eigentlich unsere Geschwindigkeit, ne. 3,44 und 6,56. Der fährt aber nicht so schnell, also bedeutet das, ich nehme den. So, und dann Waggons, Stahl. Und Silo-Ware. Granulat ist es, ne. Grundstoff-Granulat, da ist es. Äh. Mindesthalt machen wir mal. 7, 8. Jetzt brauchen wir noch Stahl. Da. Okay, den gibt's. So lang. Höchstgeschwindigkeit, wenn man liegt bei 80 kmh, 90 bis 80 kmh, das ist natürlich jetzt dann schwierig, ne. Vielleicht sollte der doch nicht so lang sein. Vielleicht machen wir den nur so. Höchstgeschwindigkeit, ach so, ein Waggon kann nur wahrscheinlich 90 kmh fahren. Wo ist denn jetzt die Kunststoff, äh, da bin ich schon vorbei, oder? Kunststoffgranulat. Einer geht noch, einer geht noch. So, lassen wir es jetzt. Und. Lass ihn starten. Noch kein Fahrplan vorhanden. GZ3 Waren. Jetzt startet er. So. Dann ist der jetzt unterwegs. Verfolgen wir den mal gerade. Was holt der jetzt? Ah, der fährt natürlich jetzt zum Kunststofflieferanten dahinten. Aber warte mal. Der ist doch definitiv dann mit der Linie da falsch unterwegs. Weil die Linie hält 100% Verpackungshersteller. Das ist Blödsinn. Für den jetzt. Das heißt, ich kann nur eine neue Linie bauen. Macht ja anders keinen Sinn, ne. Straßenbahn, Zug. Neue Linie. Geh mal da hin. Ah, ne. Das kannst du wieder rauslöschen. Das ist das falsche Fenster. Muss in das Fenster. Genau. Am Chemiewerk. Muss er vorbei. Da geht das Kunststoffgranulat glaube ich hin, oder? Ne, da holt er Farben für Paletten. Zug halt muss auf Schiene liegen. Alles klar. Kann ich so gucken? Nein, kann ich nicht. Das Fenster ist jetzt offen. Ja, das war jetzt ganz schlecht gerade. Ja. Das braucht hier. Hier geht es nur um Stück gut. Da braucht er also gar nicht anhalten. Das heißt, Linie ändern. Und kannst du löschen. Kannst du löschen. Weil da muss er ja gar nicht hin. Das passt schon mal. Hau mal gerade zu. Wir müssen jetzt da hinreitern. Ja. Das geht jetzt gerade nicht. Weil das offen ist. Linie ändern. Wir müssen definitiv hier anhalten. Die Raffinerie macht die Kunststoffgranulat. Ich gehe davon aus. Und das ist das Altenau Stahlwerk. Alt, da müssen wir nicht hin. Das wäre so. Ja, sehr schön. Was ist jetzt hier passiert? Jetzt haben wir hier Hadex ein Chemiewerk hier unten. Machen wir den Fahrplan zu. Ja, was haben wir jetzt hier. So, Linie ändern. Hier ist nichts drin. Wir brauchen das Stahlwerk. Ach, ich habe das hier hinzugefügt. Hat gut geklappt, ne? Das kann weg. So, ich bin jetzt hier. Muss aber in dem Fenster sein, damit das funktioniert. So, Altenau Stahlwerk. Dann kommen wir mal in die Raffinerie rein. Und dann soll er hier hinfahren. So, aber hier muss er nicht 100% haben, sondern er muss hier hin. Und da muss er die Hälfte haben. Machen wir mal 20%. Und hier ich glaube, das können wir jetzt zumachen. So, wir wollen auch 20% haben. Mal 50% wäre jetzt definitiv zu viel, weil dann ist der Zug nicht voll. Käme aber wahrscheinlich schon hier mit 50%. Das heißt, hier kann er wenigstens 50% doch haben, ne? Weil der kommt mit den 30. Und 25% an, muss dann die 30. Vielleicht ist das so richtig. Und das ist jetzt Güterzug, Stahl, Anulat. Probieren wir es aus, oder? Jetzt müssen wir nur nach zum Verpackungshersteller und müssen den Zug auswählen. Äh, ne, der Zug steht da ja oben. Den müssen wir jetzt in einen anderen Fahrplan verteilen. Der muss nicht auf Dämmen stehen, sondern auf der Güterzug, Stahl, Granulatlinie. So, jetzt fährt er. So, den verfolgen wir jetzt mal. Und lassen wir gerade schneller laufen. Blöd ist, dass der wahrscheinlich jetzt da hinten steht mit dem Stahl. Ne, er steht jetzt hier beim Granulat. Für den Verpackungshersteller packt der was ein? Das Grundstoff Granulat, oder? Okay. Das heißt, fahren wir gerade erst zum Stahlwerk gerade einmal, bitte. Aber da kriegt er auch nichts, weil der Verpackungshersteller noch nichts braucht, oder? So, jetzt ist zu gucken. Was würde der mehr verbrauchen, ne? Grundstoff Granulat 50%, Stahl 30%. Stahl hat er reichlich. Grundstoff Granulat. Das ist gleich die Schnelle aller. Das bedeutet, ich gehe nochmal in die Linie. Linie ändern. der muss ein höher im prinzip ist das einfügen jetzt darüber ja so und dann ist da 50% und der hier wird gelöscht so jetzt fährt er hierhin und da ist er dann mit 50% voll und dann sollte er hier 50% hier haben und da kann er auch 50% haben weil der zug ja definitiv mehr siloware hat das würde sogar bedeuten dass er hier er fährt damit 50% weiter du weißt nicht ob er nachher lassen so stehen ich glaube das macht schon sinn dass du gerade so zu lassen so und aber jetzt werde doch erst zur raffinerie wieder schicken wir den wieder zurück weil das sinn macht dass er jetzt hier das kunststoffgranulat kriegt ja machen wir so ok das kann zu den verfolgen wir jetzt er fährt jetzt mit null durch die gegend wird auch im stupf kunststoff granulat erstmal nichts kriegen so aber hier ist jetzt zu überlegen ein drittes glas reinzubauen weil wir kein freies glas haben ja ich glaube schon das macht hier sinn oberleitung oberleitung langer steht nachher zurzeit steht aber keine sollte wenn funktionieren so jetzt muss ich aber noch mal zum verpackungsmittel lieferanten weil da muss ich erst gucken dass der hier läuft grundstoff granulat 824 das läuft auf jeden fall jetzt runter der stahl läuft viel weniger runter das bedeutet wir können jetzt wieder hier entspringen und warten bis das unter 820 ist dann muss hier nämlich geladen werden 817 am bahnsteig liegt nix das werk ist mit granulat voll 810 9 geht oder bei dem kunststoff da unten bei dem stahl da ist sowieso egal glaube also dieser plan hier meine ich jetzt ne die 50 prozent sind ziemlich egal ob ich die da eingetragen habe oder nicht weil die 50 prozent er fährt mit 50 prozent sowieso los ich glaube das war egal wenn er fährt dann fährt er sowieso mit dem anderen so wird auf jeden fall hier jetzt geladen 50 prozent werden halt 504 mal gucken wie verläht 400 also 420 dann müsste 520 dann müsste los waren wir werden es gleich sehen 500 fährt noch nie los 520 jetzt sollte er los waren oder erwartet bis er noch mehr kriegt ein tag geladen wird wird die 1008 abwarten oder wie sehe ich das dann ist ja auch gut die frage ob das am ende funktioniert aber ich denke mal schon also hier wird es ja noch ewig dauern bis der stahl weg ist also stahlwerk braucht nicht mehr so viel so erfährt weil er 99 hat hatten wohl zu lange gedauert weil ich kann mir nicht vorstellen dass hier schon der ist ne es ist noch 170 auf lager gut er hat da gerade rot gehabt so jetzt kann man gerade verfolgen machen wir mal schneller und da wird er durchfahren sozusagen durch den ding ins stahlbahnhof denn er sollte kein stahl kriegen weil noch unten genug ist er hat aber 50 prozent geladen deswegen fährt er weiter passt und jetzt kriegt unser verpackungsmittel hersteller kriegt jetzt seine lieferung da gleich so und dann hat er hier wieder 1000 629 kunststoff da das passt erstmal weiter fahren gucken was er dann da vorne macht er fährt da tatsächlich durch sehr interessant irgendwas passt hier mit dem signal nicht so wirklich oder also er ist jetzt hier am stehen und lädt 490 mehr nicht da er nicht 50 prozent hat fährt er nicht weiter ach der andere zug fährt jetzt hier rein sehr interessant also das ist ja eine ausfahrt ich verstehe dies jetzt mit dem signal nicht was habe ich da gebastelt das müssen wir uns gerade noch mal angucken warte mal wieso geht denn jetzt mein pfeil nicht wo bin ich hier gefangen wo bin ich im spiel jetzt gefangen dass ich mit den pfeiltasten nicht arbeiten kann wo blinkt mein cursor muss ich so verschieben wenn ja ich glaube wir machen dieses stück weg das hat so keinen sinn und dann fahren sie alle da lang und das signal ist jetzt auch richtig wenn hier kann keiner rein fahren weil die raus fahren das signal stellen wir aber mal hier hin und das nehmen wir da weg dann passt das oder ist gerade noch zu gucken ob der strom hier passen ist aber ich glaube schon ja gut dann sind wir da soweit der wartet wieder auf volle beladung für kunststoff hat tatsächlich schon wieder ein bisschen mehr gekriegt 516 paletten 516 paletten liegt jetzt daran dass der hier nicht produziert und auch der hat noch da am bahnhof dürfte ja nichts liegen das ist ja der hier also ja das ist der bahnhof 516 und der zug hat 490 es wird aber nichts angefordert also bleibt er deswegen stehen ja wollen wir nur hoffen dass das passt mit der menge die gebraucht wird mit dem system grundstoffgranulat ist leer ich hole neues und irgendwann wird stahl auch leer und er fährt trotzdem da rein gut ich würde aber sagen für die folge soll es reichen schon wieder super lang ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wir uns nächste mal wieder mit dabei seite falls sie noch keine haue ab macht eins falls die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit welches nächste video lade gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge und kurz noch sitos so hieß er glaube der spielt demnächst auch simo trans finde ich voll cool dass die gemeinde wieder größer wird bis dann